eingestrahltes hallo und herzlich willkommen zu einem ungeschnittenen video auf meinem kanal ja viele von euch haben sich in letzter zeit gefragt warum keine neuen videos kommen und der grund dafür steht natürlich auch schon hier weil mein videobearbeitungsprogramm nicht funktioniert da gibt es ein paar fehler mit dem ich dann halt keine videos schneiden kann und ich würde euch jetzt mal bitten in die kommentare zu schreiben ob es euch wichtiger ist dass das video geschnitten ist oder ob euch wichtiger ist dass einfach videos kommen die dann halt aber ungeschnitten oder nur sehr schlecht geschnitten sind